Ich trinke deine Augen, ich esse deine Knie, ich schlürfe deine Finger hoch. Bei den Schweinen ist es sehr wichtig, dass die Elektrozone richtig trägt. So hier hinter den Ohren, damit der volle Strom aufs Hirn wirken kann. Das System bleibt bestätigt. Die Ziegen kommen in der Lage. Ein Gefühl der Vertraushalt kommt in mir auf. Das Bolzen schlussgerät anlegen, spannen. Der Bolzen direkt ins Gehirn. Die Seufzen, wir trauernd und weinen in diesem kalten Tränen. und wohl annehmen, unsere Fühlschwäche, wenn wir deinen auch herzigen Augen uns zuhören. Das ist doch, was ich gerade in der Schule spüre und alles will. Ein gutes und langes Leben. Also, wir sehen uns nach.